Götter sei, meine ewigen Seele gnädig. Kein Ding. Ach, cool. Nein, Gott, Schraubi. Äh, mhm. Also, in den Rosewaterpark. Äh, in den Water... Strip down. Äh, ja, da durch, nicht? Cutstreet, dann rü... Ach, nee, doch, ja, genau. Cutstreet, dann kommst du wieder auf die andere Karte, dann bist du über der Wand. Oder wir müssen hier... Naaah. Was? Ah. Café Texana. Da gibt's... Rotpatron. Naaah. Running down the cut street. Looking for adventure. Shooting money kills down. Yeah. Ja, das ist... Das ist super. Poliziano. Born to be... Äh. Was dauert ja noch. Genau. Nein. Ja. Ich versuch gerade auszulaufen. Kommst du mit? Stopp. Und weiter. Da war nur ein Stoppschild. Ich... Vorfahrt gucken und so. Stopp. Und weiter. Da steht eine Wand. Äh, ne. Da steht was auf der Wand. Das hat man schon, ne? Mhm. Und schon sind wir da. Also... Wo? Nicht da, aber... Also wir sind schon... Stopp. Und weiter. Aber wir sind schon... Ähm... Nah. Nah? Nah? Ja. Wunderbar. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock auf das Display. Mann. Mach's doch. Pick Corona. Ich unterstütze dich von hier. Ja, super. Kannst du eine Webcam aufstellen. Was? Was soll das denn bringen? Hast du eine? Ha? Aber was bringt das? Sieht schön aus. Nee, eigentlich nicht. Also für keinen der Beteiligten. Irgendwo links im Park, ne? Bei der betäteten Frau? Bei der betäteten Frau. Ich hätte es gesagt, da rüber, wo die Treppe war. Ah, da ist sie. Bist doch keine Frau. Oh. Ach ja. Was? Opfer der Verfolgung durch... Jenny... Was? What? Was tust du? Ich weiß es nicht. Ich würde Egos Erser. Opfer der Verfolgung durch... Jenny Karol führte ein stolzes und ehrenhaftes Leben. Was hier geschah, wird nie vergessen werden. Sie wird sicher nicht Jenny vergießen haben. Alter, warum dreht er sich denn weg? Weg, weg. Weg. Naja, probier es mal von der anderen Seite. Durch den Schraubenschüssel umtreiben. Will ich etwas drunter setzen? Ich finde das Schaufelgeräusch toll mit seinen Händen. Ja, ist nichts dabei. Super. Sieht genauso aus wie vorher, aber der Dreck ist jetzt sauber. Ähm, Moment. Achso, nee, okay. Ich dachte gerade, wenn die Schrauben in den Boden gedreht sind, warum dann nicht einfach das ganze Ding hochheben? Ich habe den Schraubenschlüssel benutzt. Das sage ich auch immer jeden Tag unten in der Arbeit. Äh, ich habe einen alten Bronzeschlüssel. Und jetzt? Jetzt haben wir einen alten Bronzeschlüssel. Äh, jetzt müssen wir ja da links, ne? Hier oder da. Da. Ah. Silent Hill History. Silent Hill History. Äh. Oh, das finde ich geil. Äh. Ey, das dreht sich so oft, dass ich erst mal verhebe, welche Himmelsrichtung ich gerade schaue. Du leistest auch in die falsche Richtung, glaube ich. Nö. Nicht? Nö. Nicht? Nö. Nicht? Nö, warum bin ich? Oh, das ist richtig. Ich bin auch richtig. Nö. Nicht? Das ist Saft. So viele Items. Aber da fällt mir eigentlich ein... Wer? Es gibt so viele Mods zu spielen, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass die existieren. Also, äh, gerade im Bereich, wenn du Third-Person-Spieler hast, die dann zum Ego-Shooter zu machen. Da gibt es unfassbar viele Mods, die das machen. Zum Beispiel die Resident Evil Remakes, die, äh, von 2 und 3, die das Spiel dann in Ego-Sicht packen soll, dass es sich spielt wie Teil 7 oder 8. Äh, oder Max Payne, dass es dann plötzlich in Ego-Sicht läuft. Und das sind richtig hochqualitative Mods, bei denen du fast nicht merkst, dass das Spiel ursprünglich gar nicht so war. Und da denke ich mir immer, Silent Hill 2 hat so eine Riesen-Fanbase. Mhm. Der ist nicht irgendwie geil, jetzt nicht vielleicht zwingend Ego-Shooter, aber... Ein Spiel mit einer anderen, also feste Verfolger-Perspektive zum Beispiel in dem Spiel einbauen. Und, 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 halt, das Spiel ein Stück weit moderner zu machen von dem, was man heute erwartet in Sachen Steuerung. Nicht mal in Sachen, in irgendwas anderem, aber dass die Steuerung besser funktioniert. Ist das, wäre das nicht auch möglich? Gibt es da niemanden, der daran Interesse hat, oder ist das so unfassbar schwer? Ja, ich kann's mir eigentlich nicht vorstellen, weil ja, äh, so Fangruppen ja meistens für jeden Scheiß zu haben sind. Ja, eben. Aber vielleicht ist dieses Spiel, weil es, ich meine, es ist ja wahrscheinlich ein, es ist ja ein Port. Also ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der PC-Teil als erstes rauskam. Und so verkackt wie die Steuerung ist, bin ich ziemlich sicher, dass das ein Port ist. Und vielleicht ist es deswegen unfassbar schwer, damit zu arbeiten, weil es halt einfach immer die verkorkste Version ist. Möglich. Sonst ist das halt immer komplett neu machen. Ja, sowas wie Morrowind zum Beispiel, das einfach nur die Grunddaten nimmt vom Spiel, das musst du installiert haben, dann hat das die Daten quasi. Aber dieses OpenMV ist ein komplett eigenes Programm in der eigenen Engine, das dann nur die Daten nimmt und ein eigenes Morrowind macht. Und das gibt's ja von ein paar Spielen. Sowas in die Richtung. Dann nochmal. Ja, mach doch mal. Sollen wir noch rausschippern oder war's das für heute? Uff, zwölf Minuten seit letztem Speichern. Das ist schon eine Leiste. Können wir noch rausschippern. Vielleicht passiert noch irgendwas Storymäßiges hier. Beispiel ein Zombieboot. Ich will doch mal schwer hoffen, dass hier noch was Storymäßiges passiert. Der Koffer ist leer. Der Koffer ist leer. Hey, komm ich ja her. Das sind zwei Räume. Das ist jetzt so. Wie kann man sich in zwei Räumen verirren? Ich hab das in meinem eigenen Zimmer. Das ist voll drauf. Oh, das Schiff fährt ab. Das kann sein, aber ein Elefant steuert. Ist das ein Treppe oder ist das einfach ein sehr flacher Steinrutsche? Ich sag mal, ja. Vor allem, wenn du die Perspektive nicht genau beachtest, sieht's auch aus, als würde ich sehr, sehr häufig da oben laufen. Ja, fuck. Das hat mich auch gerade total... Oh Gott, ich hasse sowas. Es könnte auch sein, dass du einfach gerade läufst, wenn die Perspektive... Baaah! Wenn ich motion zicke. Lalalala. Ich hab das aber auch schon mal... Ach Mann, warum bricht das immer ab? Hat das auch mal in München so eine ewig langen Rolltreppe gehabt. Die auch sehr steil war, so dass du echt das Gefühl hast, du stehst jetzt irgendwie so im 90-Grad-Winkel auf dem Ding. Es war sehr unangenehm. Okay. Baaah. Punk. Hab ich dir oben was vergessen? Hm. Hier liegt ein Dokument. Danke. Hier liegt eh ein Dreck. Hast du gesehen? Hier ist nix. Halt die Luft an. Das ist der York. Döp, dö, dö, döp. Dö, dö, dö. Magen-Darm. Klingt wie Magen-Darm. Ist das ein richtiges Gebiet? Du bist unterm See jetzt, oder? Ich dachte, ich wollte aufs Boot. Och, Junge. Genau. Ey. Hat sich selber eingesperrt. Ich hab nicht mal... Ich hab nicht anvisiert. Warum schießt der manchmal? Der Penner. Naja, hat ne Waffe in der Hand. Du willst cool aussehen. Aus dem Gelenk raus. Pimpimpimpin. Ein Sessel, ein Sitz, ein Stuhl. Ein Sessel, ein Sitz, ein Stuhl. Bilder in Reihenfolge. Hier hängt ein Gemälde. Kuttenmann. Ähm. Das zweite Bild ist ja hübsch. Tod durch Aufspießen. Eine Hinrichtung im Gefängnis. Tod durch Aufspießen oder Adrossen. Die Todesart zu wählen, ist der letzte Akt der Freiheit des Verfangenen. Wo hat das her? Hast du dir das selbst ausgedacht? Blutrotes und weißes Bankett für die Götter. Was steht beim letzten? Gar nichts. Das steht durch. Hier ist ein Bild. Ja, das war bei den anderen eben auch. Und dann musst du nur richtig stehen und dann ging's. Wisse. Gefangenen La Tuluca. Während des Bürgerkriegs? Danke. Ich hab nichts geträumt. Wegen des Bürgerkriegs gebaut. Wurde später zum Gefängnis. Die hängen ja wahrscheinlich nicht für den Spaß da, ne? Also solche weiter benutzen wir nicht. Nicht darunter? Das Loch ist dunkel. Das Loch ist dunkel. Ich hab nein gesagt. Hast du das grad gesehen? Ja, du hast den und her gespitcht. Naja, was willst du sonst machen? Das ist eine Sackgasse. Du musst da runter. Also ich hätt' mich eher so runterhängen lassen, um zumindest zwei Meter Sturz abzufangen. Und nicht noch in die Luft hüpfen. Äh. Du, James, merkst das irgendwas falsch? Du stehst auf... Wasser. Ja. Jamesus. Da kann ich nicht hochglädern. Das ist zu steil. Da fehlt Bump-Mapping. Was? Nur eine Wand? Nur eine Wand? Hm, das ist anders. Dieser Fleck hier fühlt sich anders an als eine normale Wand. Ob ich sie durchbrechen könnte? Ja, probier's. Ich glaub, du musst das eher benutzen. Da würde sich zum Beispiel anbieten... Eine Ampulle. Eine Batterie. Ein Messer. Bisschen pulen? Nee? Nee. Hat er sich grad an den Hinterkopf gehauen? Ja. Hä? Bist du grad auf die Schnauze gefallen beim Türaufmachen? Ich hab keine Karte. Ich wollte doch nur zum Boot. So einfach ist das hier nicht. Wieso geht mein Radio nicht? Geht doch. Also ich hör's. Jetzt ist es weg. Achso, das war das Radio. Was soll das sein? Wasser. Ah. Uh, ein Schlüssel. Es ist der Schlüssel mit Spiral-Text. Nicht Spinat. Mhm. Gesund und voller Eisen. Ich habe einen Schlüssel weiter gedrückt. Das geht ja meine Lampe jetzt nicht an. Es passiert nichts. Vielleicht ist deine Batterie leer. Bakterie. Hä? Du hast ja noch eine im Inventar. Ich hätte doch nie eine Batterie nutzen müssen. Okay. Okay. Hör am besten den Bresche Eisen raus. Und haut zu. Gehst du gerade? Mhm. Ah. Ich werde mal gucken, ob wir irgendwas mit dem Licht machen. Guck jetzt nochmal. Okay. Wir sollten uns jetzt einigen, wer steuert es. Are you fucking kidding me? Ich habe mir jetzt nicht mal aufgefallen, dass das Licht nicht an war. Weil ich dachte, du hast die Batterie reingemacht, dann ist es nicht an. Weil ich dachte halt, man sieht die auch erst durch das Licht. Ja, das dachte ich auch. Ah. War schon mal falsch. Warum schießt er? Wir sollten uns vielleicht notieren, welche Kombination wir probiert haben. Hallo? Nee, so schnell hat man nicht alle bei einer dreistelligen Kombination. Also du hattest gerade 727, oder? Mhm. Teatspad. Also 727 hatten wir. Jetzt mache ich mal 7, 7, 2. 7, 2, 2. Damit habe ich alle, die mit 7 anfangen. Und nochmal 7, 2, 2 und 7, 7, 2. Mhm. Okay. 277 ist es auch nicht. 227 auch nicht. Also bleibt eigentlich nur 272. Nur die leuchtenden können es doch sein, oder? Mhm. Sonst wäre es ein bisschen sehr übel. Kann es auch nur 222 sein. Ja. 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 Ich fände auch alle 6 Kombinationen. Also 727, 722, 7, 7, 7, 2, 2, 7, 7, 7, 7, 7, 7 und 2, 7, 2. Ja. Guck, wir sind nochmal von vorne. 272. Äh, 727. 7, 4, 7. Was? 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 Kein Fahrradgeräusch mehr. Ja, du bist doch schön. Das stimmt. Ich fange mir das jetzt schon. Mhm. Oh, da ist es. Mhm. Letzte Stuff. Ich glaube, da kommst du her. Da kommst du her. Echt? Mhm. Gut. Haben wir Ausgang gefunden. Ist er schon wieder runtergefallen? Der ist ja auch tief. Warum sieht hier alles so gleich aus? Da unten ist seine Tür. Die Tür ist verschlossen. What the fuck? Perspektive. Das verwirrt mein Hirn. Und damit dreht sich jetzt das... Der Gang? Wirst du gehen? Ja. Woher hatte Bob es gelandet? Einen Trink. Die Kamera, hallo. Die Kamera, hallo. No big deal. Just put the gun to their head. Pow. You killed him? But it wasn't my fault. He made me do it. Calm down, Eddie. Tell me what happened. That guy, he had it coming. I didn't do anything. He just came after me. Besides, he was making fun of me with his eyes. Like that other one. Just for that, you killed him? What do you mean, just for that? Eddie, you can't just kill someone because of the way they looked at you. Oh, yeah? Why not? Till now, I always let people walk all over me. Just like that stupid dog. He had it coming, too. Eddie? I was just joking, James. He was dead when I got here. Honest. Anyway, I got a run. You're going out there alone? Yeah. Eddie? Eddie? Erstmal einen Schluck Wasser. Eddie? Entweder Eddie ist, ich habe immer noch keine Ahnung von dem Spiel, die Vergangenheit, das Vergangenheit sich von James oder er ist der Typ, der diesen dummen Zettel aus dem Krankenhaus geschrieben hat, weil er nicht so schlau geht. Oder die Pizza war nicht gut. Alles legit Möglichkeiten. Ist das eine Karte? Ja, wobei die Pizza sah gut aus. Nein, die Pizza sah nicht gut aus. Hm? Ich habe die Tafel gefräßiges Schwein. Hast du jetzt Eddie gesagt? Ähm, naja, der ist ja nicht mehr im Raum, kann ich auch sagen, ne? Hm. Ja, frag doch mal ihn, wie es ihm geht. Wie geht's denn ihm? Er ist seine Leiche. Der ist nicht mehr so, der ist Matsch. Hm, er kriegt so noch einen Löffel. Ja, den hat er abgegeben. Oh Gott. Gut, gut, wenn du ihn tun hast. Alles gut. überall im bett und am boden liegen bücher verstreut ich habe eine wachspuppe wieso das ist okay danke für die Info wir sind jetzt im Gefängnis schön aber wollte ich eigentlich eine Brotworte ist lustig und so gibt es mit dem Boot kannst du erstmal abschminken ja den habe ich auch abgeschminkt überall Gewehr Munition und was diesmal wieder verpassen das Gewehr das war schon im letzten Abschnitt hier liegen Flick 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 geht sie nicht wieso läufst du gerade zurück? keine Ahnung habe ich mich mal wieder von der Karte abverwirren lassen gibt keine Kamera heißt das Ding ja du hast ja gedreht nicht gezielt da links stop 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 da rechts ist eine Tür nein ja ja dankeschön will ich hier sein? ist das so ein allgemeines Ding oder nur in dem Raum? drei Stricke hängen vom Gerüst das macht er dann ja wenn wir jetzt drei Leichen her schaffen oder wie das sind schon mal zwei warum hat er dann die eine Zettel so angeguckt da liegt was ne? ja es liegt ja der Unterdrücker was? ich kannste nicht aufbrechen naja dann geh erstmal aufs Klo wenn man die Gelegenheit schon mal hat versteckt sich unter Bett was? ja ich glaube du hast die Tür nicht angeklickt sondern das Fenster nebendran boah ne Karte wäre jetzt echt geil mhm uh ein Feuer ein Zeug Rätsel gelöst ich habe eine Feuerzeuge ein Italiener mhm und jetzt? schloss ich sie wohl kaputt du aha übrigens klopft er das ist nett ich klopfe da an die Tür aber niemand antwortet vielleicht wohnt da niemand vielleicht wohnt da jetzt jemand hm klang aber nach einem heftigen Nieser gerade oder flotten Stuhlgang ja schlagartig entladen natürlich ich verstehe ich überlege aber ob das ein guter Moment ist um zu sagen 4,22 oh und zwei Minuten verpasst egal ähm ja was wäre dann gewesen 4,20 ach egal ähm ja das das war ja mal wir sind auf jeden Fall mhm von daher kann man schon sagen das ist korrekt ja ähm ich bin mir nicht genau sicher wie es contentmäßig ist ich glaube wir müssten etwa halb durch sein glaube ich oi so in etwa das ist ja schon die Hälfte fast ja gut aber dann soll es das für dieses Mal gewesen sein und beim nächsten Mal äh sehen wir das was auch so ist beim nächsten Mal dann das weiß ich jetzt nicht so wirklich aber ich denke du hast recht ja sehe ich auch so gut bis dahin tschüss tschüss tschüss